Ich bin Stefan, in deinem Interview. Wie ist denn Hebron? Edel. Wunderbar, sehr nervös. Edel. Oh, Hebron. Sonne. Mikado. Ey, warte, warte, ich mache. Mikado. Eingescheh. Eingescheh. Hat noch Hitze getroffen. Das war mein Eingestellter. Mein Eingestellter. Ich bin schon nach gut. Warum nicht? Ich bin schon nach gut. Nein. Warum nicht? Ich bin schon nach gut. Ich bin kein Nazi. Oh mein Gott, ich schaue. Oh mein Gott, ich schaue. Ich mach's mal mit dem Ausländer nach dieser Runde. Ich versuch's, ich bin mit der Kaffe. Ich schaue's mal. Ich schaue's mal. Ich bin kein Martin. Ich hab doch heute Ausländer nur noch mit mir. Ich bin kein Martin.